Hallo! Willkommen zurück! Dann war die Ruby! Mit der Mid-Juniper! Und Nana, den keiner will, weil der braucht keiner! Näh, Nana? Ja, ja, du mich auch! Deswegen höre ich dich schon! Und Wanda! Weil ich schon jetzt noch unten drin bin! Ich verschwinde! Ich bin weg! Das ist weg! So kann man richtig, richtig, äh... Ich könnte Rooster, ich könnte Rooster tief immer noch schlagen für die Letzte, dass sie einfach da diese scheit Taunt gegeben haben. Die braucht endlich so Taunt-Cooldown von einer halben Stunde. Ja, ist klar. Ist ja voll ne Kuh, wann wir vor allem, ne? Äh, es sieht für mich mehr nach ne Kuh als nach ne... nach nem Wildschwein aus. Es ist so ne... Ich weiß nicht, so ne... Genetisch mutierte Kuh. Ne Kräutung aus Kuh und Wildschweinheit, ne? Mhm. Die Energie immer wieder auflädt, ey. Ja... Ah, Mann! Wurde von hinten genommen. Warte, warte, was? Ja... Leute, einen muss kämpfen und einer soll wieder mit dem Falter zu blöd, um das zu checken, oder? Ja, wir wurden ja grad nicht angegriffen anscheinend, waren die verbuggt oder so. Ah, ich hab nen Skill. Du hast nen Skill? Hey, warte, warte, warte. Wir müssen auslösen und prüfen, ob der Baum noch funktioniert. Ja. Geil, der Baum funktioniert noch. Ja nicht, aber... Soll ich mal ein bisschen Team-Hilfe machen? Was willst du? Ja, beim Skill ein bisschen mehr auf Team machen. Ach komm, mach ich. Ja, wäre nicht schlecht. Oh, hab ich? Ja, hab ich. Es ist einfach so schlimm, dass ich jede Schalt an Tracklose nicht weiß, oder? Ja. Aber passiert auch. Aber den Abschnitt hier haben sie verändert. Ja, haben sie gar nicht verändert. Ich finde schon. Ja, aber ein paar bisschen grün. Ach, ich erinnere mich noch hier dran. Oh Gott. Äh, viel auf... Wie lange hast du das gerade? Zweimal? Einmal. Einmal. Das haben wir direkt geschafft. Das haben wir direkt geschafft, aber es war... Dann bekommen wir so verdammt viele Grims. Es ist halt... Das Spiel ist jetzt nicht so irgendwie auf Schwierigkeitsstufen wie... Dark Souls oder so. Das ist halt jetzt nicht so das absolut schwerste Spiel. Ja, stell dir mal vor, du hast hier so Dark Souls Spielmechaniken. spielmechaniken ganz grob ist es ja vergleichbar war ganz grob genug aber es hat halt mit darksuit etwa so viele ähnlichkeiten mit skyrim ich glaube ich weiß wo overwatch das her hat naja nachvollziehbar wäre es natürlich hat meine ulti verschwendet nein bis auf diesen scheiß satt sagst du nix dazu sagst du nix war nix aus der nahe schuldige kann ich bei gelassen so wer jetzt schon gelesen hat der weiß ernsthaft also dass du pervers bist das wussten wir alle aber hervorster bildspiele bin ich das beowulf ich bin beowulf ein bisschen vielleicht das falsche universum gewesen die heißen beowulf die dinge doch sind das beowulf ist ich das heißen okay doch die sind anders immer tag eranda da ist es in der ecke da ganz hinten ich habe überlegt ob ich ihnen helfen soll bis ich wieder etwas bestimmtes machen es hat gerade media mega in der animation stocken geblieben scheiße ein jäger gefallen bin ich auf dem weg ach komm schon ich glaube alles andere wäre aber auch besser allein das wissen dass sie diesen satz kann ich will ich schon nicht mit der spielen weil ich schnell 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 vorkommst außersehen auf die taste na das ist doch selbstmord oder das setzt dann einen selbstmord so raus allgarde sagte die die in der vierten staffel nicht dabei ist noch mehr spoilern sagt aber direkt das ende der sendung ich denke mal bis dritte folge ist mit also wer steht am ende von walking dead naja habt ihr schon mitgekriegt dass es überschneidung geben soll kann ich mir nicht vorstellen dass das das angeblich durch der wog erd durch breaking bad walking dead entstanden sein soll das wäre mir irgendwie zu nee nee zu krank das wäre das wäre einfach zu das macht er doch mal die zomben ja ja den 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 was ich finde es gibt es gibt mehr ep also fel U dass wir die wiederbelebung skills man ja ich muss das kille interessiert kein doch es gehen geht vor team aber ist bei euch das oder bei dir selber dass das fenster das auch mittlerweile geld und ich nicht nur orange dass die fenster da oben in der ecke das ist gelb kann sein dass ich die farbe geändert habe ich glaube ich auch du willst das ding ins aufsammeln das hat fakt was da oben ist kann kann man jetzt in die käfige rein ach schau der man da nicht das ist alles das letzte musste ich doch ich hasse alfa wende ich möchte bitte dass du in diesen käfig reingehst und nicht mehr raus doch ich finde auch das würde dem teamgeist nämlich sehr zugutekommen das mit meiner psyche gut tun mach ich so ein blitz der seite habe ich nicht gesehen und wie nennt sich eigentlich die kunst von blitzen ich fand ganz gut dafür dass ich ihn mir gerade ausgedacht habe das war richtig schlecht dabei muss ich sagen ich habe nicht mehr toast im haus es ist kein toast im haus was ja da bleibt alles so wie es ist egal ob du hier bist und nicht ich glaube wir sollten die mal als zu gehen jetzt kommen wir zu gäster projekte einladen der spielt der spielt der darf dann einen extra sound der spielt dann einen extra sound der spielt dann den teamangriff vom tyran wie geil die kloppte sich zu hüten mit dem spear rein und dann hin explodieren hat dann weil was hier los erkennt es sehr gut wer kennt es nicht die frage ein ich brauche ein wenig zu Hilfe Ja, das stimmt allerdings. Was hat Rennen eigentlich für ein? Ulti? Nein, nicht Ulti. Und bei mir ist das Spiel gerade. Das ist jetzt nicht so laut. The game has crashed. Nice, Nana. Das ist richtig gut. Nice. Ich steck da bei euch gleich wieder ein. Hurra, die gezeigte Spiele von Nana stehen jetzt zu ihrer Verfügung. Ja, aber wir stehen auch unten rechts gerade. Schön. Ach ja, stimmt. Wir haben beide so eine Video drin, ne? Weil ich finde, ich bin sogar mit dem Babel und Ewein, die auf dir vorbei heizen, weil die die Punkte nicht zu treffen. Ja, so wie denn nach dem Motto. Ein Ulti! Au, 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 au. Noch mehr Spieler mit Freunden spielen? Ich bin einfach erstaunt, dass diese Dinger Beowulf heißen. Ich bin Beowulf. Nein, der hat sich dem Kampf angeschlossen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Charakterauswahl. Halte ihn davon ab, hackt seinen PC. Ich glaube, das war schon, äh, ein gutmütiger Mensch, der versucht hat, ihn aus dem Spiel zu hacken, dass er rausgeflogen ist. Na, der hat nicht, der hat nicht genug Hirn, um, äh... Jetzt bin ich auch wieder dabei. Geh weg. Geh weg. Wie gesagt, geh in die Ecke und schäm dich. Immer nur für das, dass du Nora bist. Weißt du, was ist jetzt übrigens der Vorteil gewesen, ja? So, ihr wolltet, ist ja so. Das ist gut. Die Dinger brüllen hier so laut, ich höre sie nicht. Hm. Ich hab irgendwo so einen Castle gehört, aber das war's dann auch. Ja, die sind... 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 Die haben... Die haben... Die... Die haben... Die ist wirklich Originalmusik aus den Kämpfen genommen. Das finde ich geil. Ja, die haben halt jetzt wahrscheinlich die Lizenz mittlerweile bekommen. Äh... Roastative hat die... Hat Musik alles selbst gemacht. In... In der Serie. Ja, gut, aber das heißt ja nicht. Sagst du, dass sie das Spiel nehmen dürfen. Ah, das iPhone. Das sieht mir ja nicht aus wie ein iPhone, aber... Das sieht halt aus wie das Google Pixel dann halt. Google Pixel, alles klar. Ja. 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 Ja.